Hallo ihr Lieben, hier ist eure Cara. Ich habe beschlossen, mich ein bisschen zu belesen für mein neues Spiel. Mein neues Spiel ist natürlich God of War Nummer 7, wenn ich das richtig entziffert habe. Und wie ihr ja jetzt mittlerweile schon wisst, bin ich immer noch so ein bisschen der Neuling hier in der Game-Welt und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Recherche betrieben, damit ich weiß, worauf ich mich einlasse. Denn bisher habe ich nur den endgeilen Trailer gesehen, weswegen ich mich auch gleich schockverliebt habe in die Grafik. Aber ich habe tatsächlich gar nicht so viel Ahnung von der Geschichte. Und dass es jetzt schon der siebte Teil ist, das ist natürlich ultra spannend. So, ich habe ein bisschen recherchiert und ich lese euch jetzt einfach mal knallhart den Artikel von Benedikt Plass-Flessen-Kämper. Oh mein Gott. Sönke Siemens und Maria Bayer-Fistrich vor vom 16.04.2018, also ultra up to date. Das Schicksal von Kratos, seines Zeichens erfolgreicher Anführer der gefürchteten Spartaner, nimmt seinen Lauf, als er eines Tages dem Tod direkt ins Auge blickt. Denn ein Barbarenkönig steht kurz davor, ihn zu ermorden, woraufhin Kratos Ares, den Gott des Krieges, um Hilfe anfleht. Ares willigt ein und schenkt Kratos die legendären, extrem mächtigen Chaos-Klingen. Als Gegenleistung muss Kratos jedoch sein Leben in die Dienste von Ares stellen. Das tut er mit vollem Engagement und zunehmender Grausamkeit. Sein Kriegswahn geht sogar so weit, dass er aus blinder Wut ein Massaker im Tempel der Göttin Athene, die ewige Rivalin von Ares, anrichtet. Die Tragik dabei, auch seine geliebte Ehefrau Lysandra und seine süße Tochter Calliope fallen seinem Blutrausch zum Opfer. Aufstieg einer Legende. Kratos, am Boden zerstört ob seiner grausamen Taten, wird seither von ständigen Albträumen geplagt und setzt alles daran, den Bluteid mit Ares zu brechen. Das aber ruft die drei Furien auf den Plan, die den Spartaner wenig später in einer Art antikem Hochsicherheitsgefängnis in Ketten legen. Schlimmer noch, sie manipulieren seine Gedanken und lassen ihn in einer Welt aus Illusionen dahinvegetieren. Doch Kratos hat Glück im Unglück, denn irgendwann begegnet er Orkus. Der sogenannte Eidhüter, ein verstoßener Sohn von Ares, lotst ihn zum Orakel von Delphi, welches ihm reinen Wein einschenkt und die Augen öffnet. Nach unzähligen Strapazen gelingt es Kratos schließlich aus seiner Traumwelt zu entfliehen und die Furien zu töten. Zunächst Megira, danach Tissiphone und Alekto. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Problem, der Bluteid mit Ares lässt sich nur dann endgültig brechen, wenn er auch Orkus tötet. Kratos zögert zunächst, schreitet dann aber, weil Orkus es selbst wünscht, zur Tat. Doch auch dieser Mord bringt keine Besserung. Im Gegenteil, seine Visionen rund um das Tempelmassaker werden nur noch stärker. Und das, obwohl ihn zu diesem Zeitpunkt nichts mehr an Ares bindet. Rastlos von einer Schlacht zur nächsten. Hoffnung, eines Tages doch noch Erlösung zu finden, stellt sich Kratos daraufhin knapp zehn Jahre in den Dienst der Götter, allen voran Athene. Die nämlich verspricht ihm allumfassende Heilung, sofern Kratos die brandschätzenden Horden des Ares zurückdrängt. Was folgt, ist die Handlung des allerersten God of War. Kratos wetzt seine Klingen, kämpft sich verbissen durch das belagerte Athen und erfährt dabei vom Orakel, dass nur die Büchse der Pandora, oder besser gesagt die Waffe darin, Ares' Tod herbeiführen kann. Blöd für Kratos? Kurz bevor er die sagenumwobene Truhe öffnen kann, tötet ihn Ares mit einem fliegenden Pfahl und schickt ihn auf diese Weise in die Unterwelt, den sogenannten Hades. Doch Kratos ist aus hartem Holz geschnitzt und findet einen Weg zurück in die Welt der Sterblichen. Dort angekommen, gelingt es ihm schließlich, in den Besitz von Pandoras Büchse zu gelangen, woraufhin er zu einem Riesen mit gottgleichen Kräften mutiert und Ares in einem nervenaufreibenden Bosskampf besiegt. Die Krux dieses Mal? Zwar vergibt ihm Athene seine Taten. Von seinen grausamen Visionen kann sie ihn allerdings nicht befreien. Kratos resigniert nun endgültig und stürzt sich von einer steilen Klippe ins Meer. Athene will seinen Freitod natürlich nicht so richtig gutheißen, greift im letzten Moment ein und befördert ihn so dann zum neuen Gott des Krieges. Auf Kriegsfuß mit den Göttern. God of War II setzt dort ein, wo das Ursprungsspiel endet. Kratos hat sich mit seiner Rolle als Gott des Krieges abgefunden und wütet in ganz Griechenland, meist noch grausamer als Ares vor ihm. Die Götter, allen voran Athene, zeigen sich zunehmend besorgt und verwarnen ihn. Kratos will von solchen Belehrungen allerdings nichts wissen und attackiert mit seinen Spartanern stattdessen lieber die Küstenstadt Rhodos. Kaum dort angekommen, geschieht etwas Selbstsames. Ein riesiger Adler schwebt heran, entzieht Kratos einen Großteil seiner Kräfte und erweckt den Koloss von Rhodos. Eine über 30 Meter hohe Bronzestatue. Kratos tobt vor Wut, bezichtigt Athene des Verrats, ahnt zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, dass es eigentlich Zeus ist, der ihn hier in das Licht führt. Das Perfide? Um den Koloss zu vernichten, bietet ihm Zeus sogar die Klinge des Olymps an. Eine spezielle Waffe, die erst dann funktioniert, wenn der Kriegsgott seine gesamte Kraft auf die Waffe überträgt und auf diese Weise seine Unsterblichkeit abgibt. Nachdem der Metallriese besiegt ist, taucht Zeus auf und fordert volle Unterwerfung. Kratos aber lehnt ab. Zeus bleibt daraufhin keine andere Wahl, als Kratos brutal niederzustrecken. Und seine treuen Spartaner müssen natürlich ebenfalls dran glauben. Im Reich der Toten angekommen, erhält Kratos unverhofft die Unterstützung von Erdenmutter Gaia. Denn auch sie will Zeus stürzen. Moment, ist er jetzt tot? Achso, ja, brutal niederzustrecken. Alles klar. Also, Kratos ist tot. Und bekommt unerwartete Unterstützung von Erdenmutter Gaia im Reich der Toten. Mit Gaias Hilfe kehrt Kratos schon bald ins Reich der Lebenden zurück, um dort die sogenannten Moiren? Moiren? Oh Gott, ihr lacht euch bestimmt schlapp. Moiren? Ich nenne sie jetzt Moiren. Nein, ich nenne sie Moiren. Moiren aufzusuchen. Die Schicksalsgöttinnen, so Gaias Plan, könnten dem Spartaner helfen, in der Zeit zurückzureisen und Zeus' Verrat rückgängig zu machen. Und so geschieht es dann auch. Auf dem Rücken des fliegenden Pferdes Pegasus macht sich Kratos auf die Suche nach den Moiren. Bevor seine Reise auf der Insel der Schöpfung endet, muss er allerdings zunächst... Tu mir leid. Ich nehme es ernst. Also, er muss allerdings zunächst Typhon einen magischen Bogen entreißen. Prometheus von endlosen Qualen erlösen, sich mit Theseus, Perseus und Icarus duellieren, sowie dem Titanen Atlas einen Besucher abzustatten. Oh Gott, er hat irgendwann noch den Überblick. Also, zwischendurch trifft er zudem auf Athene, die ihm dringend davon abrät, mit den Titanen gemeinsame Sache zu machen und sich gegen die Götter aufzulehnen. Okay. Also jede Menge Geballer. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Kratos auch schon mindestens zweimal gestorben. Aber so richtig sterben die ja anscheinend nicht, wenn es noch Hades und das Reich der Toten gibt. Dem Schicksal ein Schnippchen schlagen. Endlich in der Festung der Moiren angelangt, ist Kratos wie vor den Kopf gestoßen. Denn Lachesis, Atropos und Kloto wollen seinen vorbestimmten Schicksalsfaden nicht ändern. Für Kratos ist das freilich keine Option, weshalb er alle drei in Kämpfen herausfordert, tötet und sein Schicksal auf diese Weise im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand nimmt. Er manipuliert die Zeit so, dass er sich Zeus in Rhodos noch einmal entgegenstellen kann. Folge? Klar, ein weiterer monumentaler Bosskampf entbrennt. Doch gerade in dem Moment, als Kratos dem Göttervater die Lebenslichter ausblasen will, wirft sich Athene dazwischen, um Zeus und damit den Olymp zu retten. Im Sterben liegen offenbart sie, Kratos, dass Zeus in Wirklichkeit sein Vater ist. Diese Gedenkpause, finde ich, hat der Text verdient. Der Spartaner will das nicht wahrhaben und fasst wenig später den Entschluss, alle übrigen Götter auf dem Olymp auszuradieren. Mittel zum Zweck ist natürlich der Schicksalsfaden. Wieder verändert Kratos das kostbare Garn und teleportiert sich so in die Titanomachie zurück, also in jene Zeit, wo Titanen und Götter elf Jahre lang Krieg führten. Sein nun folgender Plan liegt auf der Hand. Er überredet Gaia und die übrigen Titanen, in seine Zeit mitzukommen, um Zeus und seine verbleibenden Anhänger zu besiegen. Zitat Kratos. Gemeinsam werden wir die niederen Götter töten. Und damit geht es direkt weiter zu God of War 3, welches praktisch nahtlos an die eben skizzierten Ereignisse anknüpft. Auftakt des abschließenden Kapitels der God of War Saga ist ein langatmiger, episch inszenierter Kampf mit Poseidon. Der Gott... Moment, wieso denn jetzt Poseidon? Wir waren doch eben noch woanders. Okay, ich nehme das mal so hin. Der Gott des Meeres kämpft tapfer, kann gegen Kratos ungezügelten Hass jedoch kaum etwas ausrichten und stirbt, was Sekunden später zu Sintflutartigen Überschwemmungen führt. Entschuldigung, das ist mein Telefon, das hier pingt. Ich habe es eigentlich ausgemacht. Als Kratos den Gipfel des Olympus erreicht, steht als nächstes Zeus auf der Abschussliste. Okay, also den Gott des Meeres hat er schon weg, jetzt will er Zeus noch erledigen. Doch der bündelt all seine Kraft, zerschmettert Kratos mit einer Blitzlanze und schickt ihn einmal mehr in die Unterwelt und täglich grüßt das Murmeltier. Glück für Kratos, klar, nach einem unfreiwilligen Abstecher in den Fluss Styx, wodurch er viele seine Kräfte einbüßt, taucht plötzlich der Geist der Athene auf, schenkt ihm die Klingen der Verbannung. Okay, gut, also auch Athene ist nicht wirklich tot. So gerüstet setzt Kratos seinen Rachefeldzug fort und eliminiert zunächst Hades höchstpersönlich. Oh, okay, Hades ist jetzt auch tot. Gut, dazu sage ich jetzt nichts. Später müssen außerdem Sonnengott Helios, Götterbote Hermes, Halbbruder Herkules sowie der Gott des Feuers Hephaistos dran glauben. Okay, das ist so ein bisschen griechische Mythologie und Kurs in Phonetik. Mal wieder Pandoras Büchse. Im Rahmen seiner bluttriefenden Vendetta erfährt Kratos außerdem, dass es die Büchse der Pandora noch immer gibt. Und damit wahrscheinlich auch die einzige Waffe, die Zeus töten könnte. Problem bei der Sache? Die Truhe wird mittlerweile von der Flamme des Olymp geschützt. Letztere zu durchschreiten würde den sicheren Tod bedeuten, es sei denn, man ist die holde Pandora selbst, die dummerweise in einem Labyrinth gefangen gehalten wird. Kratos fackelt natürlich nicht lange, schönes Wortspiel, wenn es hier um eine Flamme geht, befreit Pandora und bringt sie zur Truhe, wo es zum Showdown mit Zeus kommt. Die beiden duellieren sich erbittert, was indes Pandora die nötige Zeit verschafft, die Flamme des Olympus zu löschen. Als Kratos dann endlich die Büchse öffnet, staunt er nicht schlecht. Die Truhe ist komplett leer. Weitere Duelle mit Zeus folgen, die unter anderem Gaia das Leben kosten und auch ihn beinahe vernichten. Okay, also wir haben die Unterwelt vernichtet, wir haben Athene abgemurkst, wir haben den Gott des Meeres abgemurkst, jetzt haben wir auch noch die Erdmutter Gaia selbst abgemurkst. Bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Kratos, Mann. Na gut. Die einzig gute Nachricht, kurz bevor es für Kratos zu Ende geht, ach so, es geht schon wieder zu Ende mit ihm, taucht er in sein Unterbewusstsein ab und erkennt, dass Athene schon damals nicht nur Schlechtes in Pandoras Büchse versiegelt, sondern auch Gutes. Genauer gesagt, die Hoffnung. Erst jetzt begreift Kratos, er kann diesen Kampf nur noch gewinnen, wenn er sich endlich selbst vergibt für das, was er seiner Familie angetan hat. Also macht Kratos genau das, schöpft dadurch neue Kraft und gibt Zeus schließlich den Rest. Ach so, ich dachte, er vergibt jetzt auch Zeus, aber okay. Ganz vorbei ist die Geschichte damit allerdings noch nicht, denn nun taucht erneut Athene auf und fordert Kratos auf, ihr die Macht über die Hoffnung zu überreichen. Kratos aber widerstrebt diese Vorstellung, weshalb er sich mit der Klinge des Olymps selbst richtet und die Hoffnung so wieder zurück an die Menschheit überträgt. Das ist schön. Athene hingegen ist völlig perplex, traut ihren Augen nicht und brüllt, die Menschen wüssten, mit einer solchen Macht ohnehin nichts anzufangen. Eine letzte wüste Beschimpfung, dann zieht sie ihm das Schwert aus dem Bauch und schreitet hinfort. Und Kratos liegt leise atmend am Boden, umhüllt von einer immer größer werdenden Blutlache. Der Abspann setzt ein und lässt den Zuschauer rätselnd zurück. Denn kaum sind die Credits über den Bildschirm gescrollt, zeigt die Kamera die Szene erneut. Kratos Körper ist nun jedoch nicht mehr zu sehen. Lediglich eine meterlange Blutspur, die bis zur angrenzenden Klippe führt. God of War für die Playstation 4, was wir bisher über die Geschichte wissen. Wer sich nun fragt, wie Entwickler Sony Santa Monica, die inhaltliche Brücke zum neuen God of War schlägt, das bekanntlich in der Welt der nordischen Mythologie angesiedelt ist, dem sei an dieser Stelle der offizielle YouTube-Kanal von God of War ans Herz gelegt. Das gilt im Speziellen für zwei der dort veröffentlichten Videos. Das erste stammt von der E3 2017, hört auf den Namen A Special God of War Performance und ist im Grunde genommen ein in Echtzeit gemaltes, sich ständig veränderndes Kunstwerk aus Sand. Cool. Hier erfährt man mehr über die Beziehung zwischen Kratos und seiner neuen Liebe dem Norden. Das zweite Video, wiederum ist Teil der offiziellen Video- und Podcast-Reihe The Lost Pages of Norse Myth, heißt The First Great War. Hier erfahren wir mehr zur Vorgeschichte und zu den wichtigen Persönlichkeiten der nordischen Mythologie. Fügt man nun alle Puzzleteile zusammen und ergänzt sie mit den Eindrücken vom letzten Hands-on-Event, gibt sich daraus ein erstes, sehr plausibles Story-Grundgerüst. Demnach reist Kratos aus vorher noch ungeklärter Ursache in den hohen Norden und trifft dort in einem Wald auf eine wunderschöne Frau, die sich im Besitz einer Axt befindet. Beide verlieben sich und zeugen einen Sohn namens Atreus. 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 Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Atreus. Atreiu. Atreo. Atreiu. Oh Mann. Faye, so der bisher kursierende Name der Mutter, vermacht ihrem Jungen einen Bogen, verstirbt dann aber eines Tages. Womit wir wiederum beim Hands-on-Material wären, denn auch hier wird bestätigt, dass Faye zu Spielbeginn bereits tot ist. Zur Todesursache verraten die Entwickler keine Details, wohl aber zu ihrem letzten Willen. Der sieht nämlich vor, dass Kratos und Atreus sie verbrennen, um ihre Asche dann auf dem Gipfel des höchsten Berges der nordischen Welt zu bestatten. Doch kaum unterwegs stellen sich ihnen mehr und mehr immer stärker werdende Feinde in den Weg. Darunter zombieähnliche Draugr, brandgefährliche Trolle und ein nahezu übermächtiger Fremder. Spätestens jetzt weiß Kratos, er ist in der Welt von Odin, Thor und Co. Definitiv nicht erwünscht. Nicht zuletzt, weil ihm sein schlechter Ruf längst vorauseilte. Stichwort Odin, der höchste Gott des Nordens scheint es, so deutet es zumindest das First Great War Video an, besessen zu sein von einem drohenden Weltuntergang, dem sogenannten Ragnarök. Also lässt er von den Zwergen Bruck und Sindri einen besonders mächtigen Kriegshammer namens Mjölnir schmieden, gibt diesen seinem Sohn Thor und beauftragt ihn, alle Riesen zu erschlagen, die er finden kann. Ja, das kenne ich soweit. Was Kratos damit zu tun hat, eventuell mehr als ihm lieb ist, denn einiges deutet darauf hin, dass zwischen Kratos' Frau Faye und Odins verbander Ehefrau Freya irgendeine Verbindung bestand. Oh weia. Hinzu kommt, bereits jetzt wissen wir sicher, dass Kratos' Leviathan-Axt ebenfalls von Bruck und Sindri geschmiedet wurde. Doch woher hatte Faye die Axt? Erhielt sie die Waffe von Freya mit der Bitte, sie an einen würdigen Krieger weiterzugeben, der Odin dann vom Thron stößt? Immerhin hat Odin seit dem Ersten Großen Krieg Tausende von Freyas Landleuten auf dem Gewissen. Oder ist Faye in Wirklichkeit sogar Freya? Das nämlich würde bedeuten, dass Kratos nach seiner Rückkehr aus Griechenland ein Verhältnis mit Odins Ex-Ehefrau hatte. Zugegeben, noch sind viele der letztgenannten Punkte reine Spekulationen auf Basis der vorgelegten Fakten. Stoff für eine mitreißende Geschichte böten sie aber allemal. Welche Theorien habt ihr? Wer den Werdegang von Kratos in all seinen Facetten erleben will, kommt nicht drum herum, die beiden hochkarätigen PSP-Ableger zu spielen. Den Anfang macht das im März 2008 erschienene God of War Chains of Olympus. Zeitlich nach Eskenschen und vor dem ersten God of War angesiedelt, erzählt das Abenteuer von Kratos' Kampf gegen Persephone. Die Göttin des Totenreiches nämlich plant, die Säule der Welt und damit auch den Olymp zum Einsturz zu bringen. Also zieht Kratos los, um genau das zu verhindern. Dabei trifft er im Totenreich auf seine Tochter Calliope. Doch die Zusammenkunft ist nur von kurzer Dauer, denn Persephone ist nicht aufzuhalten. All das sorgt für reichlich Action und mündet in einem spektakulären Showdown, der Persephone zum Fall bringt und Atlas an das Dach der Unterwelt kettet. Zweieinhalb Jahre später, genauer gesagt im November 2010, erscheint God of War Ghost of Sparta. Das Spiel thematisiert die Ereignisse zwischen Teil 1 und 2 und entführt Kratos nach Atlantis. Oh, dort will er mehr über seine Vergangenheit erfahren, in der Hoffnung, dies würde seine schrecklichen Visionen lindern. Als er jedoch seiner Mutter Callisto begegnet und von dieser erfährt, dass sein Bruder Deimos noch lebt und von Thanatos, dem Gott des Todes, gefoltert wird, nimmt die Geschichte eine tragische Wendung. Will heißen, kurz bevor Kratos Thanatos tötet, verwandelt sich dieser in eine schwarze Kreatur und rafft Deimos dahin. Kratos ist schockiert, grübelt, ob er Selbstmord begehen soll, entscheidet sich dann aber auch die zahlreichen anderen Götter im Olymp für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Der Grundstein für Teil 2 ist gelegt. So, hier endet der Artikel. Ich habe irgendwie so ein bisschen Knoten in der Zunge jetzt mit den ganzen mythologischen Namen, aber jetzt blicke ich einigermaßen durch. Also Kratos ist so ein von Reue getriebener Hasskrapfen, der irgendwie versucht, alle zur Rechenschaft zu ziehen, außer sich selbst. Macht ihn jetzt nicht unbedingt zu einer sympathischen, zu einem sympathischen Protagonisten meines nächsten Spieles, aber vielleicht habe ich auch nicht alle Zusammenhänge geschnallt. Ich bin trotzdem total gespannt. Ich freue mich auf den 20. Es sind noch viereinhalb Tage und dann werde ich vor meiner Playstation sitzen und mir den Kratos mal in echt angucken. So in pixel echt und so. Na gut, wir hören voneinander. Ich freue mich auf euch. Bis dann. .